Oh, das Rudi-Havicht-Stadion. Mensch, da bin ich lange nicht mehr gewesen. Hat sich nicht sehr viel verändert. Wissen Sie noch früher? So beim Abstieg, leises Herbst. Ich könnte heute noch heulen. Das sind meine Dynamos und die sind in Form. Der Heiderich zum Beispiel. Oder hier, der Mike Lagerfeld. Oh, ein feiner Mann, diese Waden. Hier, guck dir das an. Oder hier, der Dexter. Der ist schneller als die Polizei erlaubt. Oder der Igles, der Igles, der Kessitsch. Sag selber mal deinen Namen. Jawohl, der wäre drinnen gewesen. Aber ich darf leider nicht mehr mitspielen. Ach, das wird eine Stimmung machen. Und wer da alles kommen wird. Sogar der Bürgermeister Rosberg, der kleine Rossini soll ja kommen. Und wer den Dynamos das neue Stadion verspricht, verdient hätten sie es ja. Das geht gut aus. Ich bin überzeugt. Drei zu eins für den Dynamos. Ich sehe wieder große Zeiten auf den Dynamos zu kommen. Oh, 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 oh Bis zum nächsten Mal.